Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Roblox deinen Namen ändern kannst. Und das ist dein Anzeigenamen und dein Benutzernamen. Und zwar startest du erstmal Roblox und dann siehst du hier diese drei Punkte. Bei dem Handy kann es gut sein, dass es hier irgendwo unten ist. Du kannst ihn hier draufdrücken und dann gehen wir in die Einstellungen. Danach in die Kontodetails und schon sehen wir hier den Anzeigenamen und den Benutzernamen. Wichtig, der Anzeigename ist der Name, den man in Roblox selber sieht. Der muss nicht eindeutig sein, also es können mehrere gleich heißen. Ich kann jetzt hier das hier umändern, zum Beispiel zu Dezern. Und du musst bedenken, dass du den Anzeigenamen nur jede sieben Tage ändern kannst. Ich habe den halt schon davor geändert. Und den Benutzernamen kannst du dann auch ändern, indem du hier drauf drückst. Und hierbei musst du beachten, dass du noch deine E-Mail hinzufügen musst. Um das dann zu machen, machst du dann. Diese musst du dann noch verifizieren. Dann drücken wir hier drauf. Da bekommst du dann einfach eine E-Mail gesendet. Und da drückst du dann da drauf, dass du es verifizierst. Und schon hat es dann funktioniert. Wenn wir dann wieder raus und reingehen, sehen wir, dass hier verifiziert wurde. Und jetzt könnte ich auch den Benutzernamen ändern. Aber man muss bedenken, dass das hier 1000 Robux kostet. Also auf jeden Fall den Anzeigenamen ändern reicht meistens vollkommen aus. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Like freuen. Und tschüss. Also auf jeden Fall.